Ja. Oder hinten sitzen nur die wichtigen Menschen, könnte man jetzt auch sagen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Boah, da bin ich auch so blöd gerade gefahren. Ich denke so, hä, wo soll ich denn jetzt hin? Aber hallo, ey. Boah, scheiß die Wand an, ey. Komisch, das... Also da macht Steam vielleicht irgendein Update oder so vielleicht gerade, dass das nicht so... Jetzt haben die ja so Probleme. Scheiße. Aber das will uns ja vom Spielen nicht abhalten. Nein. Oh, fuck. 2, 2, 2, 2, 2. Boah, das gibt's nicht, ey. Erstmal der Linken, ey. So, jetzt geht's weiter. Jetzt frage ich mich, ob's du auch aufgenommen wirst, grad. Weil die Zahlen von Fraps werden jetzt nicht bei Skype angezeigt. Das ist jetzt die Frage. Aber glaubst du, wir müssen die Leute abholen? Weiß ich nicht, ihm, hast du mir gerade zugehört? Hast du mir gerade zugehört? Ne, ich bin gerade konzentriert beim Fahren hier. Ja, dann... Ja, dann... So, jetzt fahr ich da her. So, was hast du nochmal gesagt? Also, bei Skype zeigt jetzt nicht hier die Fraps-Zahlen an. Deshalb weiß ich nicht, ob deine Stimme gerade aufgenommen wird. Ja, ich denke mal schon, oder? Ja, ich hoffe es einfach mal. Ja, das Island ist echt so ein... So ein wackeliges Spiel, das ist halt doll verbacken, das Ganze. Das ist so... Och, ey. Scheißt du doch die Wand an, ey. Das gibt's doch nicht. Du wärst so scheiße. Ja, ich weiß. Oh, gleich sind wir da, eigentlich. Oh, dann nur noch. Da ist ein Zaun. Und aussteigen. So, was jetzt? Warte mal, die geht jetzt? Was macht die jetzt? Auf der Parkbank stehen. Eine gute... Keine gute Tat. Gut. Ja, jetzt können wir uns hier wieder... Missionen aussuchen. Hier wollen wir nach oben. Ah, nee, da ist doch eine. Warte mal, das rote da. Da ist er, steht er doch hier draußen. Ach, da ist er ja. Okay, ich rede mal mit denen. Ja. Ähm, steige aufs Hoteldach. Oh, meine Fresse. Schwierigkeitsgrad, Mittel, Belohnung, 6000 EP machen wir, ne? Ja. Oh, mein Gott. Steige. Ich wette, wir können damit nicht fahren. Doch, können wir. Du fährst. Hä? Oh, nee, ich möchte nicht mal wieder. Ja, dann steig aus. Ah, ja. So, schöne Motor starten. Erstmal... Kann man eigentlich... ... vorne gehen? Nee. Erstmal... Erstmal wenden. Das ist blöd, dass man nicht nach hinten gucken kann. Jetzt müssen wir wieder ins Hotel, ne? Ja. Äh... Finde ich, finde ich ehrlich gesagt, ein bisschen durcheinander. Mit den Quests dann halt. Dann ist... Erstmal ist man hier auf der Insel. Dann ist man in der Stadt. Dann muss man wieder ins Hotel und sowas halt. Das ist so... Erinnert mich so ein bisschen an so ein Rollenspiel. Online-Rollenspiel. Dass man jedes Mal einen Ort irgendwie sieht, den man schon tausendmal gesehen hat. Ja. So. Mein lieber Freund, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir da Ordnung ins Schäden bringen. Oh, ja. Ist immer so... Bei solchen Spielen immer... Die, die am meisten tun, müssen immer noch mehr machen, ne? Die anderen verstecken sich da. Ja, mach doch mal und... Ne? Der eine Typ da, der uns die Aufträge gibt, auch immer, steht da nur rum. Ey, der soll uns auch mal helfen, kann auch mal mitkommen hier. Und am Ende... Und am Ende gilt der als Held. So, da rum. Hä? Wieso zeigt der jetzt nach hinten an? Ja, ich hab auch... Ich hab mich auch gerade gewohnt. Wo bin ich denn jetzt? Aber bei mir... Das Gleiche, ich bin gefahren. Vielleicht muss ich... Ach, ich muss nach... Nach rechts jetzt. Ja, das ist komisch, ne? Ich find das blöd. So, meine Damen und Herren. Wir sind in der Nähe eines Hotels. Oh, nein, da können wir gar nicht durch. Sollen wir aussteigen? Ich glaub, wir müssen. Warte mal, ich kann doch noch hierher. Ja, so weit wie möglich. Ey, das ist das Wichtigste. So, das ist das Möglichste jetzt hier. Deck aus. Ja, okay. Ich doch mal auch, ne? Machete nehmen. Jetzt ruckelt's grad. Jetzt ruckelt's grad. Oh, fuck, ey. Scheiß! Ich bin tot. Watt? Alter. Ah, da bist du ja wieder. Sag, da... Da ist denn wieder so'n Dings hier. So'n, 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 so'n Ding. Oh, jetzt grad ist mein Internet heftig schlecht, ey. Eigentlich müssten doch die Gegner jetzt richtig leicht sein für uns. Aber wir doch schon mal hier waren. Oh, grad... Grad spackt alles rum hier. Der schlägt nicht mehr richtig zu, mein Typ. Irgendwie ganz komisch. Ich bin tot. Ich schieß mal. Mein Typ schlägt nicht mehr richtig... Oh. Mein Typ, äh, der... Oh, meine... Und die Zombies, die sind irgendwie... Warte mal, Strom teilnehm' ich... Strommachräte, Strommachräte. Lass... Ich bin hier. Nur, der schlägt nicht mehr richtig zu, mein Typ, ey. Dann mach' ich ne' Aktion und die macht er nicht mehr so. Irgendwas ist mit meinem Internet. Vielleicht sparke ich grad. So, wir müssen ins Hotel, ne? Das ist ein. Aber es ist noch etwas... Willkommen auf dem Kopf? Ja. Ich bin jetzt. Bis zum nächsten Mal, ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020